John und McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John und McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John und McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar, was das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben, irgendwann gemeinsam bei einem großen Turnier noch einmal mixt zu spielen. Was heißt noch einmal, sie treten zum ersten Mal gemeinsam an. In Paris hat Steffi den John dann angesprochen und er hat gesagt, na gut, wenn es so schnell sein soll, warum auch nicht. Und jetzt kommt es also zum Traumpaar. Auf das Tennis am Rass und John McEnroe. Die beiden haben sich kurzfristig entschieden, obwohl sie es vor langer Zeit schon mal geplant haben.